Ich gratuliere für den Sieg heute und das Qualifizieren in der Pokal. Wie sieht es mit den neuen Stürmern aus? Nein, wir haben noch keinen verpflichtet. Es ist so, dass wir nach wie vor dran sind. Wir haben da ja auch noch gezeigt und wir müssen noch ein bisschen geduldet werden. Wir haben jetzt noch nicht die Verpflichtung. Wir sind noch nicht die Verpflichtung. Wir sehen uns jetzt und wir sind bereit. Wir haben jetzt den Fall. Wir haben jetzt noch Zeit, dass wir die Verpflichtung nicht verlassen. Die Verpflichtung nicht verlassen wollen, außer dass sie eine der Wünsche, die wir gehört haben, dass sie einen neuen Stürmer holen, dass sie weiter verbinden. Dass sie die Vertragsverlängerung mit dem Umsetzen ihrer Wünsche verbunden haben. Wo hat er das gehört? Von mir oder nicht? Aber ich wollte nur wissen, ob es stimmt oder nicht. Ja, nein. Wir suchen noch Stürmer. Wir suchen natürlich noch Stürmer. Aber ja, das ist nicht aufhängig. Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Aber das Thema ist nicht möglich. Meine Frage ist über die Verspäteten Auswechslung. Warum waren sie sicher oder haben sie Vertrauen an die Gruppe, die schon auf dem Platz war? Oder gab es einen anderen Grund, warum sie so spät die Spieler gewechselt haben, obwohl sie viele Chancen gegeben haben? Wer ist doch dann, dass man in der Auswechslung ist? Wo steht das geschrieben? Ist man auf dem Ketab, dass man eigentlich nicht anders ist? Je nach dem Spiel läuft. Genau, je nach dem Spiel. Je nach dem Spiel. Je nach dem Ergebnis. 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 Je nachdem, dass wir nicht mehr ausgehen. Aber es steht nicht so, dass wir nicht mehr ausgehen. Aber es gibt nichts zu sagen, dass ich nicht anders bin. Und dann hat es ja viele unter den Fans, die Journalisten sagen, ja warum besser das so spät aus? Also ja, weil ich auf der einen Seite Vertrauen habe in die. Auf der anderen Seite, okay, vielleicht muss ich mal früher auswechseln. Oder vielleicht passt mir mal etwas nicht taktisch. Und dann mache ich früher aus. Aber grundsätzlich habe ich die, die auf dem Platz stehen, dann das Vertrauen. Darum spielen sie auch von Anfang an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ja, ich habe das Vertrauen in die, die draußen sind, ja. Weil wir haben jetzt auch in diesem Jahr, wir haben so viele Spiele gespielt, so viele Reisen gehabt. Und dann haben wir auch durchgewechselt und ja, ich habe die, die im Kader sind, das Vertrauen. Und wenn sie nicht mehr da sind, dann wünsche ich ihnen Ausgut für den Lunderei. Vielen Dank.